So wird Atommüll unsere Erde verseuchen. Das ist wirklich krass. Bis heute gibt es auf unserem ganzen Planeten kein einziges vernünftiges Endlager für Atommüll. Und die Container, die zur Endlagerung von Atommüll in Zukunft eingesetzt werden sollen, sind offenbar längst nicht so robust, wie man glaubte. Es droht die Verseuchung des Grundwassers. Clixoom Nature, hier gibt's täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich Willkommen! Ich meine, es ist ja nicht so, dass Atomkraft seit rund 65 Jahren zivil genutzt wird und das obwohl man keine Ahnung hat, wohin mit dem tödlichen Atommüll. Bis heute gibt es auf der ganzen Welt nicht ein einziges geeignetes Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Es ist noch nicht geklärt, wo und wie die Atomabfälle aus dem Rückbau der Atomkraftwerke in Zukunft entsorgt werden sollen. Bisher gibt es nur den Plan, dass der Atommüll mit Glas- oder Keramikzusätzen verschmolzen und dann als feste Masse in Metallbehältern eingeschlossen werden soll. Die Behälter sollen dann unterirdisch in Gesteinsformationen eingelagert werden. Dabei gibt es aber ein bekanntes Problem. Die Metallbehälter können korrodieren und undicht werden, besonders wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen. Gängige Modelle zeigen, dass die Behälter dadurch schon nach 1000 bis maximal 10.000 Jahren durchlässig werden. Die Halbwertszeit vieler hochradioaktiver Nukleide ist aber sehr viel länger. Sehr viel länger. Bei Uran sind es zum Beispiel zwischen 700 Millionen und rund 4,5 Milliarden Jahre. Da fragt man sich wirklich, wer auf diese verrückte Idee gekommen ist, Kernkraft zu nutzen. Auf jeden Fall sind die Prognosen für die Behälter erschreckend schlecht. Auf Basis neuer Experimente sehen sie aber noch viel schlechter aus, als man eh schon angenommen hatte. Xaolai Guo, ein Forscher von der Ohio State University, hat das Zusammenspiel der Komponenten untersucht und überprüft, wie die Korrosion durch den Kontakt der Glas- und Keramikmaterialien mit den Stahlhüllen beeinflusst wird. Dieser Materialkontakt wird in zukünftigen Endlagern unvermeidlich sein und er führt tatsächlich dazu, dass die Behälter schon viel früher undicht werden als bisher angenommen. Für die Studie bauten die Forschenden ein Modell aus dickem Edelstahlblech, das so auch in den USA als Behältermaterial geplant ist, aus dem standardmäßig verwendeten Glas und aus zwei Keramikvarianten. Das Modell wurde dann 30 Tage lang in leicht salzhaltigem Wasser bei 90 Grad Celsius aufbewahrt. Das Ergebnis, die Korrosion der Materialien, setzte schon nach kurzer Zeit ein. Sogar stärker, als es für die einzelnen Materialien typisch ist. Das liegt an der sogenannten Kontaktkorrosion. Das ist eine elektrochemische Reaktion, die normalerweise bei zwei metallischen Stoffen auftritt. Offenbar gibt es diese Reaktion aber auch bei nichtmetallischen Materialien, wie hier mit Keramik oder Glas. Dieser Prozess beschleunigt sich auch noch selbst, weil durch die Kontaktkorrosion Flüssigkeit entsteht, die zusätzlich Metallionen aus dem Stahl löst. An den Stellen der Testbehälter, an denen die Komponenten zusammenkommen, trat eine schwere Korrosion auf, die teilweise sogar schon kleine Risse bildete. Durch weitere Analysen fand man heraus, dass vor allem metallisches Eisen und Chrom das Herauslösen der molekularen Galaskomponenten beschleunigt. So entsteht an den Kontaktflächen ein Film aus gelösten Atomen, der die Korrosion noch weiter antreibt. Beim Edelstahl dagegen wird diese zwar verlangsamt, aber nicht genug, um das Durchlässigwerden der Behälter zu verhindern. Die Forschenden sind sich einig, dass die Gefahr durch Korrosion bisher deutlich unterschätzt wurde. Bisherige Tests haben nur die Korrosionsrate der einzelnen Stoffe aber nie das Zusammenwirken der Komponenten berücksichtigt. Der Forschungsleiter Guho sagt selbst, Zitat, die aktuellen Konzepte könnten demnach nicht ausreichend sein, um den hochradioaktiven Atommüll sicher einzuschließen. Die bisherigen Modelle für unsere Atommüllbehälter müssen also dringend überarbeitet werden, sonst können Radionukleide aus Atomabfällen zu schnell in den Untergrund gelangen. Im schlimmsten Fall ist dort das Grundgestein, das sie umschließt, nicht dicht genug. Dann könnte der Atommüll sogar zu einer Verseuchung des Grundwassers führen. Umweltkatastrophe im Pazifik, Atommüllbehälter durch Klimawandel undicht anklicken, anschauen und ClixoNature-Kanalmitglied werden. Da unterstützt ihr uns mit einem kleinen Beitrag. Für uns ist das ja hier nämlich ein Herzensprojekt, was wir aus der eigenen Tasche finanzieren. Und über diese Kanalmitgliedschaft bekommt ihr die Videos schneller, nämlich vor allen anderen. Also bis dann und vielen Dank für die Unterstützung. Bleibt dran.